Die Easy Start Familie von Eberspecher Easy Start Select ist das Bedienelement für Spezialfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen. Es eignet sich für den Einsatz unter härtesten Bedingungen. Mit der Möglichkeit gradgenauer Temperaturvorwahl über das integrierte Display. Easy Start Timer ist das speziell abgestimmte Bediengerät für Luft- und Wasserheizungen, hauptsächlich für LKWs und Transporter, Reisemobile und Boote. Das integrierte Matrix-Display und die intuitive Menüführung ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Menüfunktionen wie Timer-Programmierung und Diagnose des Heizgeräts. Durch die zusätzliche Long-Press-Funktion lässt sich das Heizgerät mit einem Tastendruck einschalten. Großflächige und intuitiv angeordnete Tasten ermöglichen eine einfache Bedienung, auch bei Nacht oder unter schwierigen Bedingungen. Easy Start Remote In innovativem Design und minimalistischer Größe ist es das Einstiegsbedienelement für PKW-Kunden. Direktes Ein- und Ausschalten ist bis zu einer Entfernung von 1000 Metern mit jeweils nur einem Tastendruck möglich. Auch die Heizdauer kann auf diese Weise reguliert werden. Eine optische LED-Feedback-Funktion bestätigt den Betriebszustand des Heizgerätes. Easy Start Remote Plus ist die High-End-Funkfernbedienung mit eingebautem Matrix-Display für PKWs. Die intuitive Menüführung ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle Menüfunktionen wie Timer-Programmierung und Diagnose des Heizgeräts. Durch die zusätzliche Long-Press-Funktion lässt sich das Heizgerät mit einem Tastendruck einschalten. Das innovative Design und die Reichweite bis zu 1000 Metern machen die Remote Plus zum komfortablen Schmuckstück unter den Bedienelementen. Easy Start Call Wegweisend ist die Bedienung der Standheizung per Smartphone und App. Reichweitenunabhängig können PKWs, LKWs, Reisemobile, Yachten und Spezialfahrzeuge vorgewärmt werden. Die spezielle Flottenfunktion der App ermöglicht die Steuerung mehrerer Heizgeräte zeitgleich. Zum Beispiel in verschiedenen Forstmaschinen an unterschiedlichen Einsatzorten. Weitere Zusatzfeatures wie zum Beispiel der Wetteralarm machen die Easy Start Call zur ersten Wahl. Die Easy Start Familie von Eberspecher Untertitelung des Pränslcis Untertitelung des Pränslisses Es ist ein Pain